Hi Leute, hier ist Kaleiko. Ich habe euch wieder ein Buch mitgebracht. James Patterson, der Prometheus-Code Maximum Ride Serie. Einziger, das ist Band 3 der Serie, hat 285 Seiten. Wie gesagt, der dritte Teil der Reihe, hier geht es wieder um die Vogelkinder. Maximum Ride ist ja ein Vogelkind. Normale Kinder, wie wir eigentlich sind, nur denen wurde Vogel-DNA eingepflanzt. Ekelhafte Experimente von den Weißkitteln gemacht. Die Weißkitteln sind die Laborratten, wir nennen sie, ich nenne sie auch Laborratten. An sich ist Wissenschaft eine gute Sache, wenn es einen guten Sinn hat. Aber diese Wissenschaftler haben Gott gespielt und meinten halt, es ist total lustig, die Welt auszurotten. Nur die Stärksten kommen durch, Kriege sollen angeblich abgeschafft werden. Und die Vogelkinder sollen als Waffe kommen, als fliegende Bombenträger und all so einen Scheiß. Sehr spannend gemacht und ich hoffe eigentlich, dass es noch weitergeht. Also an manchen Stellen, muss ich ehrlich sagen, sind wir die einen oder anderen Tränen gekullert. Lustig war es auch mal wieder und spannend. Aber wie gesagt, es ist schade, dass... Ich denke mal, es wird auch wirklich so im wahren Leben sein, Real Talk, dass Experimente gemacht werden, um leider ekel Sachen zu erfinden, die keinen Nutzen haben. Irgendwelche Rassen zu kreuzen, Menschen mit Leoparden haben sie gekreuzt, Menschen mit Schildkröten, Menschen mit DNA oder Menschen, die hier als Esra sind. Das sind so wolfsartige Gegenstände. Roboter, die unheimlich stark sind, die kaum verwundbar sind. Als stinknormale Kriegswaffe und was anderes geht es nicht einfach nur um Macht, Reichtum und Kriegsspielen. Darum geht es in dem Buch eigentlich, damit man mal sieht, wie abnormal die Welt ist. Und leider ist es wirklich so, wenn man jetzt diese Vogelkinder weglassen würde, lassen wir mal, es würde darum gehen, dass es normale Kinder sind. Man könnte echt denken, es geht wirklich um das reale Leben, so wie es bei uns ist. Es werden sinnlose Kriege geführt, es wird sinnlose Machtkämpfe gemacht. Und ja, Leiden tun immer die etwas Schwächeren. Es gibt immer Schwächere, es gibt niemals starke, es gibt niemals perfekte Menschen. Und alle Menschen, die meinen, die perfekt sind, sind für mich gerade als Recht die größten Loser, weil man kann nicht perfekt sein. Man muss Fehler machen, man muss menschlich bleiben, man muss neutral sein, man muss denken können, man muss fühlen können. Öfter entscheidet man da das Herz statt der Kopf. Und so ist es ja in dem Buch auch. Manche entscheiden, man hätte mal anders machen können. Aber das sind so Entscheidungen, die man spontan trifft, wo der Kopf sagt ja, das Herz sagt nein und man entscheidet sich meistens genau nach Bauchgefühl. Und das finde ich ja super gut in dem Buch beschrieben. Und was ich auch gut finde, man sollte sich in der größten Not niemals trennen. Man sollte immer zusammenhalten. Wenn man zusammenhält, schafft man das Größte, das Beste, was es gibt. Und ich finde, wie der James Pedersen hat, wäre ein super Buch geschrieben. Wie gesagt, es ist der dritte Band und ich muss sagen, ich fand es geil. Ich habe jetzt, deswegen kommt das Video auch ein bisschen später, ich habe jetzt die letzten 100 Seiten. Ich musste das noch lesen, ich wollte wissen, wie es ausgeht. Und ja, das Ende verrate ich euch nicht. Ich verrate euch jeweils nur eins. Es sind hammergeile Sachen dabei. Richtig geile Kämpfe. Und man erfährt sogar, wer Maximum Rides Mutter ist, beziehungsweise Maximum Rides Vater, kriegt man raus. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht am Anfang. Aber in der Mitte des Buchs konnte man sich schon langsam denken. Aber ich fand die Auflösung super geil gemacht. Leider von den anderen Vogelkindern erfährt man nicht, wer die Eltern sind. Was schade ist, hätte mich gar nicht gefreut. Aber es gibt da super lustige Sachen. Und wie gesagt, wenn man zusammenhält, wenn man sich gegen das Böse stellt, kann man alles schaffen. Und ich finde immer, Gewalt ist nie eine Lösung. Das geht auch in dem Buch. Waffengewalt ist meistens genau das Gegenteil. Da wird man nie was damit erreichen können. Und wie gesagt, lese das Buch. Es ist richtig spannend. Und ich muss ehrlich sagen, diese Vogelkinder sind einfach nur geil gemacht. Die sind richtig geil beschrieben. Und ich stelle mir jetzt eigentlich richtig geil vor, ob man so Flügel hätte. Aber so fliegen zu können, das würde ich mir schon richtig geil vorstellen. Aber auf der anderen Seite, wer möchte schon mit Flügel rumrennen? Und dann würde ich sagen, macht's gut. Und lasst mal einen Kommentar da. Tschüss. Und dann würde ich noch mal sehen.